Ich hätte gern einmal die Minestrone und einmal die Spaghetti Frutti di Mare. Sehr wohl. Ja, und ich hätte gerne erstmal ein Glas Prosecco. Du auch? Zwei Glas Prosecco bitte, aber nicht die Hausmarke. Eine Tomatensuppe und einmal die Fettuccine a la Panna. Sehr wohl. Ach, und könnten wir vielleicht einen Aschenbecher bekommen? Gerne. Und vielleicht ein paar Streikölzer? Auf jeden Fall. Sonst noch einen Wunsch? Nein. Du? Nein. Obwohl, hätten Sie vielleicht die Zeitung von gestern da? Wissen Sie, ich würde gern überprüfen, ob die Wettervorhersage für heute gestimmt hat. Ist so ein kleiner Tick von mir. Ich werde alles tun, was ich kann. Vielen Dank. Ach, noch etwas. Könnten Sie vielleicht auch noch was unter den Tisch legen? Der wackelt. Kein Problem. Ja. Noch ein klitzekleines Stück nach links. Hier. Ein kleines noch. Ja. So geht's. Vielen Dank. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. Und, wie findest du ihn? Och, ich find ihn extrem belastbar. Der ist immer freundlich. Dafür, dass es sein erster Tag ist, ist er ein super Kellner. Ja. Ja, aber ich glaub, ich schmeiß ihn trotzdem wieder raus. Wieso? Du hast doch gerade gesehen. Da kümmern sich null um die anderen Gäste. Ja. Ja. Das war's. Ja. 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 Ja.